Möchtest du vielleicht eine Hypnose-Therapie starten? Bist dir nicht sicher? Kennst nicht die Unterschiede? Weißt nicht, ob das, was du in dir trägst, also dein Leiden, deine chronischen Störungen, ob das mit Hilfe von Hypnose-Therapie überhaupt veränderbar ist? Oder du kannst dir vielleicht gar nicht vorstellen, dass Hypnose etwas Sinnhaftes ist. In dieser Reihe zeige ich dir, Stück für Stück, aus der Sicht der Hirnforschung, der Evolutionsbiologie und der Biopsychologie, also dem Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele, was Hypnose ist, worauf du achten musst, damit du die richtigen Erfahrungen machst, nicht finanziell in ein Desaster hinein gleitest und in die Lebendigkeit und in die Zufriedenheit und in die Zufriedenheit hineinwachsen kannst. Mein Name ist Herbert Schraps und ich möchte dir heute etwas über die verschiedensten Hypnose-Methoden, über die verschiedensten Hypnose-Therapien und über die verschiedensten, ja, Hypnose-Anbieter erzählen, damit du einen Einblick hast. Denn wenn du eine Hypnose-Therapie, eine Hypnose-Ausbildung, ein Hypnose-Seminar oder ein Hypnose-Coaching absolvieren möchtest, dann geht es um deine Sicherheit, dann geht es um deine Finanzen, dann geht es um deine Zeit, die du investierst und es geht um das Leid, das du eigentlich loswerden möchtest. Wenn aber ein falscher Weg eingeschlagen wird, der dem Leben, der Selbstentwicklung, der Heilung nicht dienlich ist, dann hast du eine schlechte Erfahrung gemacht und möglicherweise lag es gar nicht an dem Werkzeug Hypnose, sondern an dem Anbieter, der das Werkzeug für dich benutzte. Dazu, für diese Informationsreihe, werde ich als Grundlage mein Buch Hypnose-Wahrheit 3.0 nehmen. Und dieses musst du nicht kaufen. Ja, also es ist jetzt keine Verkaufsveranstaltung für mein Buch, Es ist eine Informationsreihe, die ich, so wie ich Zeit habe, so viel Zeit habe ich auch nicht, denn ich bin hauptberuflich immer noch Therapeut und ich YouTuber, aber so wie ich Zeit habe, werde ich aus diesem Buch einige Kapitel dir näher bringen, die unglaublich wichtig sind. Das heißt, du musst es nicht kaufen. Das sind 300 Seiten geballte Informationen und ich suche für dich die Informationen raus, damit du die 30 Euro nicht ausgeben musst und diese Informationen für deinen Lebensweg, in deiner Freiheit, in deiner Lebendigkeit nutzen kannst. Sei einfach neugierig und gespannt. Das sind 5, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 5, Vielen Dank.